Ich glaube kommt der hier durch Das war eine Büchblöd jetzt, das nennt man öffnig bestimmt nicht So Ich muss auch wohl einen anderen Weg einschlagen Nee Hier Kommt mal wo er uns dahin führt Kommt jetzt nicht da Irgendwo auch und zwar ein Sprung Hab ich ein Problem Oh ja Problem gefunden Wichtig Boah, ich hasse es Oh oh, ich höre es Und etwas Was nicht sein darf Das Problem ist ja immer wenn ich jetzt weitergehe Ach, die haben beide gefighted wohl Das ist alles sehr gut, dass wir hier nicht auf einem Feld gehen Ich habe mich vorher erschrocken, ich hätte droht oder sind das Dachte ich jetzt ey Mann Ups Das so eine gute Idee war Nehmen wir mal lieber Labor X Boah Boah X3 War Hanks Ist jetzt hier niemand wird öffnet Ach, das soll sie bitte leiten Ach, wer nicht Oh Haut ab Oh Verdammt Oh, mir ist der Langgelaufen Oh, mir ist der Langgelaufen Labor X3 Mensch, Labor X3 laden Wo ist denn mein Scheiß Kittenwerfer Da Boah Aua Aua Versucht man die Treppe hochzukommen Dann fällt man da runter an der Seite oder was Warum das manchmal leckt PS-Einbröcher TV oder was Na, ich kann da nicht stehen bleiben Aber wie muss ich das am besten machen Was mit Granaten anfangen oder was Da hat so eine schöne Granate Kommt 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 Oh 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 Bumm Danke Weißt du, heißt der nicht Minigun, heißt der Giftspritze Wo ist eigentlich der Unterschied? Nirgendwo Und jetzt geht's ja weiter oder was Na Keiner Gegner Mal gespeichert Ja, Ende, mein Gott, endlich Boah Oh 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 Nicht nochmal wird er die Mission Aber ich geht's, geht ja leider weiter Ah Bis zum 5 Der spielste des Schädels immer noch Teil 3 Der Supersordat Verfolgen sie den Schädel in Das Testbau Der Übersordat Elemieren sie den Übersordat des Schädels Finden sie den Ausgang und gelangen sie da draußen Ist das letzte Mission? Sieht so aus So Aber jetzt Die Mission Mein erstes Bis zum Part Tschau Leute